kennst du den film die unglaubliche reise mit einem verrückten flugzeug das ist ein klamot film aus den aus den 80er frühen 90ern muss das sein in meiner kindheit ist ständig im fernsehen gelaufen der heißt auf englisch nur airplane rufzeichen ja doch doch dann ich kann zumindest ein paar ausschnitte ich glaube ich habe sogar das die englische variante mal zumindest halb gesehen das ist ein typischer fall von auf deutsch komplett crazy titel und auf englisch einfach nur ein wort ich möchte ich möchte mit dir auf die auf die die unglaubliche reise durch das verrückte bitcoin gehen oder die verrückte reise der unglaublichen bitcoin geschichte wie auch immer wir es nennen wollen das überlege ich mir nachher aber es kam gleich also nach meiner ersten folge die frage ja wir brauchen deinen deep dive in wo kompeten eigentlich her was sind sei verpackt was mit ausschließlich economics du bist so tief drinnen du bist vielleicht der denn ich kenne der es am meisten durchgespielt hat ja dieses bitcoin ding bist aber immer noch auf der reise ist buchautor hast viele artikel geschrieben die vertont wurden bist im englischsprachigen bitcoin bereich extrem bekannt wo fängt es denn für dich an dieses bitcoin ding ist eine gute frage also ich glaube jeder hat seine persönliche eigene bitcoin reise und so könnte man das beantworten man kennt schon ein paar puzzler stücke es ist zum beispiel sehr sehr schwierig bitcoin zu verstehen wenn man das internet nicht kennt und nicht weiß was das internet ist und nicht weiß dass es ein globales netzwerk für datenaustausch geben kann das neutral ist und das nicht von einer instanz gesteuert wird und für mich fängt das ganze eigentlich an mit den kryptographischen grundlagen geschichtlich gesehen also du hast doch soeben die cypherpunks angesprochen und diese ideen die sind schon sehr alt eigentlich also kommt darauf an aber so in den 70er jahren hat es angefangen mit überlegungen zu kryptographie und public key cryptography also mit den schlüsselpaaren von einem privaten schlüssel und einem publiken schlüssel private key und public key und da haben sich die ersten leute überlegt was man mit diesen konstrukten mit diesen mathematischen konstrukten alles bauen könnte und da kamen die ersten ideen von einem digitalen cash auf also von einem von einem system das einem erlaubt im in einer netzwerk umgebung im heutzutage würde sagen im internet die er einen cash geldschein in die hand zu drücken und so dass das auch im internet funktioniert also ja so mit rsa perky cryptography so 70 78 war das glaube ich da fängt das bei mir an kannst du diese kryptographie private key public key kannst du das kurz zu erklären dass das laien wie ich auch verstehen es ist nicht ganz so einfach ein einem kompletten line das zu erklären weil es gibt kaum dinge wir kennen das aus der aus der physikalischen welt so nicht es werden da gerne die analogien verwendet von von schlüsseln und schlössern deswegen nennt man sagt public key und und private key und so weiter also privat schlüssel aber diese analogien sind immer in perfekt also ist man muss das immer mit vorsicht genießen wenn man davon schlüsseln spricht weil die die schlüssel jeder der bitcoin schon mal verwendet hat der weiß dein schlüssel sind zwölf wörter oder 24 wörter also es ist nur information es ist nur eine zahl und man kann das so erklären um bei der analogie zu bleiben von schlüsseln und schlössern stell dir vor du hast ein schloss und das kann nicht geknackt werden dass du kannst da nicht mit einer zange oder einer greissäge oder einem schweißgerät dran und das knacken weil das ist ein mathematisches schloss und du hast einen schlüssel der sperrt das schloss zu und einen anderen schlüssel der sperrt das schloss auf und diese schlüssel die sind mathematisch verknüpft also das das sind so die grundbausteine für public key cryptography das schöne daran ist dann ich kann in meiner wohnung im geheimen ohne dass irgendjemand das mitbekommt so ein schlüssel paar erstellen und habe dann meinen privaten schlüssel mit dem sperre ich das schloss zu und den publiken schlüssel dann kann ich an dann kann ich in die welt hinaus posaunen dann kann ich dir in der post schicken und dann schicke ich dir diese kiste die verschlossen ist mit diesem zauberschloss und du kannst die mit dem publiken schlüssel dann wieder aufsperren und bitcoin verwendet genau diese tricks nur es geht da nicht um verschlüsselung an sich sondern es geht darum einen nebeneffekt dieser mathematischen verschlüsselung und das sind digitale signaturen und bitcoin verwendet eben diese digitalen signaturen um das kann man sich eben vorstellen deswegen heißt es auch wie signatur wie eine echte signatur wie eine echte unterschrift und nur dadurch dass das alles auf mathematischen funktionen aufbaut ist die eben fälschungssicher also wir unterschriften kann man fälschen unterschriften kann man kopieren digitale unterschriften kann man nicht das heißt wenn ich eine nachricht digital signieren dann kannst du zu 100 prozentiger sicherheit sagen die kommt von mir die hat niemand verändert da war niemand irgendwie ein böser postler in der mitte der da irgendwie die nachricht noch geändert hat und die unterschrift raus geschnitten hat oder kopiert hat oder verändert hat und das sind so die grundbausteine und die analogien die normalerweise verwendet werden um diese grundbausteine zu erklären es klingt fast so was wäre dieses kryptographie ding im alltag im internet in der digitalen welt verdammt wichtig ja absolut also unsere ganze moderne infrastruktur baut auf diesen bausteinen auf und man kennt das jeder der im internet ist erkennt das in seinem browser da ist ein kleines grünes schloss oder ein graues schloss ein weißes schloss hat über die jahre seine farbe verändert und das sind die diese zertifikate und diese dinge die dort ausgetauscht werden und diese diese verschlüsselten verbindungen die aufgebaut werden die verwenden genau diese bausteine und das sind eben diese bausteine der kryptographie wie sind wir dort hingekommen und was haben die die sogenannten cypherpunks damit zu tun wenn die denn in den 70er 80er jahren angefangen haben sich mit diesen themen zu beschäftigen dann ist es ein weiter weg jetzt mal zu bitcoin was haben sie vorher gemacht ja also die haben sich eben ganz intensiv mit dem der möglichkeit dieser mathematischen tricks auseinandergesetzt es es geht so weit zurück es geht eigentlich noch viel weiter zurück als man als man also man kennt vielleicht den namen ada lovelace es gibt auch eine programmier sprache die nennt sich ada die ist nach dieser frau benannt und das war zu einer zeit da gab es noch gar keine computer wurden computer noch nicht gebaut die ersten computer wurden im zweiten weltkrieg gebaut also alan turing sehr bekannt deswegen spricht man auch von allgemeinen computer sind turing maschinen und die grundlagen waren immer mathematischer natur das heißt man hat sehr sehr früh erkannt dass wenn man es jemals schaffen sollte so eine maschine zu bauen die automatisch rechnet diese maschine die diese maschinen die sind ganz ganz einfach gestrickt man müsste nur ganz also es ist so ähnlich wie ein aber kurs wären wir ein rechenschieber und wenn man das nur groß genug macht dann passieren auf einmal ganz merkwürdige dinge also da sprach man das schon man kann quasi jede jede information in computern abbilden und computer können dann musik produzieren und computer können gedichte verfassen und computer können eben quasi grob anfangen zu denken sozusagen also da ging es in früheren seiten ging es auch sehr viel um schachspielen und solche solche dinge und die cypherpunks und die mathematiker die sich mit diesen dingen sehr früh beschäftigt haben die die erkannten sehr sehr früh die implikationen von also falls das funktionieren sollte falls man solch computer bauen könnte dann wird auch das und das und das passieren und einer der größten durchbrüche war eben anfang der 70er jahre mit diesem public key cryptography systemen als man mathematisch zeigen konnte dass aus welchem grund auch immer es gibt mathematische operationen die sind die sind nicht knackbar sagen wir mal also es ist es ist sozusagen man kann sich das vielleicht vorstellen wie eine nadel im heuhaufen zu finden wenn man einen groß genügend heuhaufen hat dann ist es sehr sehr schwierig diese diese nadel zu finden und man kann man kann diese eigenschaft der mathematik ausnutzen um computer systeme zu bauen die gewisse sicherheiten garantieren können und davon das sind die dinge die ausgenutzt werden wenn kryptografen und informatiker von starker kryptographie sprechen das heißt es ist deshalb so neuartig weil normalerweise in der physikalischen welt wenn du eine eine panzer tür hast wenn du eine kiste hast du zuschmerzt wenn die amerikanische armee kommt die kann die bringt diese panzer türe auf die bringt diese kiste auf du brauchst nur genügend kraft du brauchst nur genügend gewalt dann kannst du jedes schloss sprengen jede kette sprengen jedes jedes schloss wieder aufbrechen und in der welt der mathematik ist das allerdings anders keine keine kraft der welt kann starke kryptographie umgehen und wie gesagt das sind eben genau die bausteine auf die auch mit können aufbauen jetzt hast du erwähnt das amerikanische militär ist ein gutes beispiel da die haben ja versucht quasi diese kryptographie technologie quasi der allgemeinen vor zu enthalten oder ja das das war ein großer kampf und und zu einem gewissen grad passiert dieser kampf noch heutzutage jetzt in der bitcoin welt spricht man eben von self-hosted wallets und diesen ganzen bürokratischen bezeichnungen für zahlen und als als diese starke kryptographie eben entwickelt wurde und als diese mathematiker und diese cypherpunks an an diesen kryptographischen werkzeugen gearbeitet haben da wurde die wurde dem amerikanischen militär sehr schnell bewusst dass das ein ganz mächtiges werkzeug ist und diese kryptographischen primitiven diese algorithmen wurden als quasi kriegswaffe klassifiziert und man durfte diese software nicht verwenden man durfte diese mathematischen konstrukte nicht als zivilperson anwenden und da das alles nur mathematische operationen sind und da das alles nur informationen ist haben die cypherpunks auf alter hacker manier gezeigt wie wie sinnlos das ist das probieren zu verbieten und die haben diese algorithmen also rsa war einer dieser algorithmen in bücher verfasst also man nimmt einfach diesen programmcode und man schreibt ihnen etwas um und man druckt ihn aus als ein buch und somit in amerika kommt man dann sofort in einen konflikt der grundrechte denn die das rechte auf freie meinungsäußerung und das das rechte auf eine freie presse erlaubt es nicht auch wenn ein buch religiöser natur ist oder es ist egal was für ein buch das ist du es ist dir immer gestattet es muss dir immer frei sein dieses buch zu drucken zu verkaufen zu vervielfältigen zu können und das war eben dieser konflikt der dieses paradoxon fast schon das ausgenutzt wurde um auch den leuten in der regierung zu zeigen wie schwachsinnig das ist probieren das als kriegswerkzeug zu klassifizieren und dass die vervielfältigung dieser informationen zu verbieten das funktioniert das heißt die sogenannten cypherpunks die immer noch eine anonyme masse eigentlich sind von leuten es gibt ein paar die man kennt aber die meisten kennt man nicht weil sie ihnen die ihre ihre privatsphäre wichtig ist haben tatsächlich gewonnen diesen krieg diesen cyber crypto war ja zu also zumindest die schlacht wurde gewonnen und deshalb haben wir jetzt auch das internet und deshalb haben wir auch verschlüsselte verbindungen im internet und deswegen haben wir auch ende zu ende verschlüsselung in messen und in chatprogrammen und diese ganzen dinge also die die haben diesen diese schlacht sozusagen gewonnen aber der der krieg geht meiner meinung nach natürlich weiter also es geht jetzt auch darum um zurückzukommen zu bitcoin es ist relativ schwer für eine für einen laien zu verstehen was bitcoin ist oder wo bitcoin ist oder wie bitcoin funktioniert und mehr oder weniger man kann sich das so vorstellen bitcoin ist einfach dein zugang zu deinem bitcoin ist einfach nur eine große zahl und diese große zahl kannst du selbst erzeugen das wichtige an dieser zahl ist nur dass sie zufällig ist aber du kannst dich in einer toilette mit zwei würfeln einsperren und kannst dir eine bitcoin adresse erzeugen ohne probleme dass ich meine das dauert etwas man muss wissen was man tut aber da gibt es tutorials und da gibt es anleitungen wie das funktioniert und du du kannst deinen private key in deiner toilette mit zwei würfeln erzeugen ohne problem das ist das also dass das geht in kürzester zeit und wenn es eben darum geht jetzt in auch in europa generell weltweit verschiedene politiker probieren gesetze zu verabschieden die genau das verbieten wollen man darf selbst seine eigenen bitcoin nicht halten und man darf keine sogenannten self hosted wallets betreiben was auch immer das heißen mag die wissen eben einfach nicht wie bitcoin funktioniert und was bitcoin ist und meiner meinung nach es werden da noch weitere schlachten auf uns zukommen also die absurdität die 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 wird auf jeden fall weitergehen weil das das jetzige system ist nicht kompatibel mit bitcoin man kann nicht so einfach kontrollieren wie das jetzige bankensystem und das jetzige geldsystem und dieser reibungspunkt der wird zu weiteren konflikten führen meiner meinung nach dein argument ist ja glaube ich bitcoin ist sowie die anderen dinge die vor ihm kamen in der kryptographie tatsächlich frei freie meinungsäußerung oder das ist deswegen sagst du auch man darf es eigentlich man kann es eigentlich nicht verbieten ja genau also man könnte mit bitcoin genau das gleiche machen als die cypherpunks eben mit ich glaube in den 90er jahren war das dann mit rsa gemacht haben man könnte den den bitcoin-algorithmus wenn man so will ausdruckung in einem buch verfassen das gilt auch für meinen dass das gilt für für mehrere aspekte von bitcoin man könnte sich an einen tisch setzen und eben quasi das bitcoin spiel durchspielen mit zettel und papier es ist nur mathematik es ist sehr sehr ineffizient und man muss zum beispiel um einen bitcoin block zu meinen muss schneller sein als zehn minuten also die durchschnittszeit ist zu schlagen gilt und es ist sehr unrealistisch aber im prinzip funktioniert das man kann sich hinsetzen und man kann zum beispiel einen einen bitcoin fork erstellen der sehr sehr niedrige hashrate hat und kann das handisch durchrechnen kann das handisch meinen mit einer längeren blockzeit und das das ist auch ein gültiges bitcoin system und und hat ganz ähnliche eigenschaften wir verwenden nur computer um diese mathematischen schritte schneller durchführen zu können um es effizienter zu machen aber aber bitcoin macht nichts geheimes und macht nichts komisches es ist nur mathematik und austausch von nachrichten und diese nachrichten sind nicht verschlüsselt und deshalb beziehe ich mich sehr oft auf auf die diese grundbausteine und auf die tatsache dass es freie meinungsäußerung ist du könntest dies die nachrichten die das bitcoin netzwerk verschickt wenn ich dir eine wenn wenn ich dir bitcoin schicke dann was technisch passiert ist ich erstelle eine transaktion und ich posaune die hinaus an das bitcoin netzwerk in die welt quasi und diese transaktion das ist nur information und das nicht verschlüsselte information das ist klartext information mit einer signatur und diese information kann man auch die kann man darstellen als qr code die kann man darstellen als bild die kann man darstellen als eine serie von emojis die kann man darstellen in einem binär format die das ist nur information man könnte sie auch ausdrucken wenn ich schnell genug bin drücke ich das ding aus und und schickst die als buch und und das sind eben das sind eben diese diese grundprinzipien auf die bitcoin aufbaut die sind inkompatibel mit mit einem verbot weil wenn man bitcoin verbieten würde dann würde man automatisch auch die freie meinungsäußerung verbieten und auch die mathematik und das ist meiner meinung nach nicht eine gesellschaft in der ich leben will da das auch eine gesellschaft in der ich nicht leben möchte und ich glaube wir sehen derzeit sehr gut wie quasi die kontrolle im klassischen bankensystem immer enger wird schon bevor jetzt irgendwelche bank bank accounts gefrozen werden gefreeze werden eml kyc jeder banker wird erklären in wahrheit braucht sie nicht mehr es braucht nur noch juristen und und compliance und das ist alles wahnsinnig mühsam also ich sehe in bitcoin auch ein bisschen eine antwort des marktes auch auf diese diese strangulierung der wirtschaftlichen tätigkeit ja absolut und es ist auch man muss sich auch fragen warum braucht es diese compliance und warum braucht es zum beispiel diese eindeutige identität die historisch brauchte brauchte man das nicht entweder man hat eine goldmünze oder man hat sie nicht entweder man hat geld scheine oder man hat sie nicht es gibt einen grund warum geld anonym ist und warum geld auch kein gedächtnis haben sollte und ich glaube warum diese compliance maßnahmen gesetzt werden und warum identität in unserem jetzigen bank und finanzsystem so wichtig ist ist weil alles auf kredit aufbaut und kredit geht einher mit identität du musst immer wissen dass dein kredit zurückgezahlt wird und das sind so diese zwei die zwei die zwei seiten des des geld es die zwei seiten des basis geld es sind quasi geld das geld im deutschen sprachgebrauch geld kommt von jetzt gilt du hast eine liste wer wie man was schuldet und wenn eine geld transaktion stattfindet dann gilt es dann gilt diese schuld als beglichen und das ist meiner meinung nach das grundproblem und auch das grundproblem warum leute wird kann nicht verstehen ist weil sie geld nicht verstehen und die andere kehrseite von von geld welche schulden begleicht sind die schulden selbst und unser jetziges finanzsystem und unser jetziges geld system baut nur auf schulden auf seit 1971 gibt es kein geld mehr im sinne von so jetzt haben wir diese geld überweisung gemacht und jetzt gilt weil seit 1971 sind wir vom goldstandard weg und seitdem ist alles rein auf schulden passiert und jeder jeder geldschein ist ein schuldschein und so somit kommt auch die ganze compliance sind identität und diese ganze diese ganze sachen ins spiel weil du erzeugst geld durch diese ausstellung dieser schuldscheine und du musst auch wissen wem du dieses geld gibst weil derjenige der muss diese schulden über längere zeit dann begleichen mit neuem geld das wieder auf schulden basiert das also es ist das kartenhaus ist das jetzige finanzsystem und und das schneeballsystem ist das jetzige finanzsystem und nicht bitcoin das heißt aber das argument ist sehr gut das heißt was du sagst ist dass die die politische kontrolle die heute möglich und teilweise auch unter anführungszeichen notwendig ist in unserem finanzsystem ist eigentlich nur sozusagen second order effekt es ist die 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 zuweisung eines konkreten namens zu einem konto ist eigentlich eine folge ein incentive das notwendig ist um unser unser system am laufen zu halten weil das geld politisch ist das geld ist nicht physikalisch geld 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 historisch gesehen war geld immer physikalisch gold und silber oder muscheln oder seltene knochen oder kühe oder salz und die physik hat sich darum gekümmert dass das geld sicher ist uns nicht verschwindet sich nicht in luft auflöst und nicht vermehrt werden kann das heißt aus einer physikalischen respektive und da kann ich jedem den vortrag von von jörg heimsdorf ans ans herz legen das letzte geld bitcoin das letzte geld und dann gibt es auch auf deutsch und ich glaube sogar das original ist auf deutsch und da geht er das periodensystem der elemente durch und sagt okay die gase können wir nicht als geld verwenden sind zu instabil und so weiter und so fort und man landet dann nur mehr auf den edelmetallen das sind die einzigen elemente die stabil genug sind und gold ist bei weitem das beste weil es hat die die höchste die höchste wertdichte es es regiert nicht mit anderen elementen das heißt es ist beständig über zeit es ist am seltensten oder es ist sehr sehr selten sagen wir so und es ist gleich verteilt auf der erde und und so weiter und so weiter sind alles wichtige eigenschaften um ein faires die ein faires geld haben muss und wie gesagt gold wurde gesichert von der physik an sich so wie auch bitcoin meiner meinung nach also da da kommt proof of work im spiel und und bitcoin ist eins zu eins zur physikalischen welt gekoppelt aber man kann gold einfach nicht so aus dem nichts erschaffen jetziges geld das geld der banken das sogenannte fiat geld den euro den us dollar den yen dann kann man per knopfdruck in einem zentralbank computer einfach so erschaffen und auch normale banken können das machen durch kreditvergabe und so weiter und und somit ist unser unser geld heutzutage ist nicht physikalisch gesichert und nicht mathematisch gesichert sondern nur politisch gesichert es ist rein rein eine rein politischer natur zu 100 prozent und früher war das anders das deshalb deshalb gab es große banken mit dicken tressoren und fort nox und so weiter weil da war das gold noch von physikalischer natur und da musste man auch noch es physikalisch schützen und wie gesagt seit 1971 hat sich das alles geändert und jetzt sind wir in diesem fiat experiment seit mehreren jahrzehnten und meiner meinung nach kommt das jetzt eben zu einem ende und die auswirkungen die die sehen wir jetzt schon man man hat eben um das ganze system um das ganze die ganze charade weiter zu spielen müsste man die daumenschrauben noch viel länger zudrehen müsste man alles noch viel mehr kontrollieren braucht man noch klare definitionen von identität um weiterhin kredite vergeben zu können und braucht eine totale überwachung von diesem ganzen system damit das eben nicht aus komplett aus den fugen gerät und es gibt leute die wünschen sich das und wollen das versuchen also das ist auf jeden fall eine gefahr die ich auch sehe ist einer der gründe warum ich diesen podcast mache weil ich auch nicht in dieser welt leben möchte und weil ich es auch für ökonomisch vollkommen wahnsinnig halte meine sorge ist nur dass es je feiner quasi die steuerung stattfindet desto länger kannst du das noch hinaus zögern das ist irgendwie meine meine große sorge aber trotzdem muss ich jetzt fragen weil weil geldgeschichte ist auch wie mein eins meiner hobbys du sagst 71 und zeitdem ist geld nicht mehr physikalisch gesichert es gibt eine gewisse physikalische sicherung nämlich den sogar petrodollar also quasi diese auch politische abmachung zwischen usa und saudi arabien und der opel dass sie das öl nur für für dollar verkaufen gibt es auch diese 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 verbindung zwischen energie und geld die auch ganz wichtig ist glaube ich die auch bei bitcoins schlecht verstanden wird also gibt es da doch noch etwas was muss es nicht irgendetwas geben in der welt das nicht nur politisch ist man kann ja nicht einfach nur sagen so ist es ja also das stimmt was du sagst aber es sind eben die die dieser link dieser link zur physikalischen welt dieser link zur zur energie diese verbindung zur energie die ist gesichert durch politische abmachungen und nicht direkt durch ein physikalisches fenomen die also russland um jetzt ein aktuelles politisches beispiel zu nehmen könnte morgen auf einen bitcoin standard wechseln und ist dann nicht mehr an den petrodollar gebunden saudi arabien genauso und das ist das was ich meine wenn 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 ich von diesen von dem unterschied von politischer absicherung und physikalischer absicherung spreche das stimmt dass eine gewisse verbindung auch da ist es stimmt auch dass man zum beispiel eine gewisse physikalität von dem jetzigen fiat geld immer noch hat durch eben die geldscheine deshalb ist bargeld auch immer noch so wichtig aber da das system eben in den letzten atemzügen liegt wird auch alles daran gesetzt um dieses bargeld abzuschaffen weil es geht eben immer um kontrolle und um quasi die die freiheit des einzelnen wenn du viel bargeld unter einer matratze hast das bargeld das kann dir so schnell niemand wegnehmen das hat natürlich andere nachteile also es kann ein einbrecher kommen oder wenn dein haus abbrennt dann ist das geld futsch aber es kann nicht einfach so wie man das setzt um wieder neu zu einem zu einem aktuellen beispiel zu kommen wie in kanada dein bankkonto eingefroren werden und die bank oder welche entität auch immer dir dein angespartes einfach entziehen und somit ist bargeld extrem wichtig und jetzt haben wir dank bitcoin eben bargeld im internet und ich glaube dass dass diese dieses dieses globale setup das wir jetzt haben dadurch dass bitcoin existiert bin ich extrem hoffnungsvoll dass es nicht zu einem katastrophalen zusammenbruch des jetzigen systems kommen muss denn schritt für schritt individuum für individuum familie für familie und auch firma für firma und land für land kann man umwechseln in das neue system man kann das ist so ähnlich wie von zeitung lesen auf internet lesen von zeitungen auf blogs man kann einfach wechseln und man muss nicht weiterhin zeitungen kaufen man kann einfach wechseln und auf einen bitcoin standard wechseln auch schön langsam und fängt an den bitcoin anzusparen wenn man das ein paar jahre macht dann ist man schon zumindest was sein erspartes angeht höchstwahrscheinlich auf einem bitcoin standard hat man dann schon 70 prozent 80 prozent von seinem ersparten in bitcoins sagen wir du nimmst jede woche 50 euro und legst sie auf die bank und 50 euro und legst sie in bitcoin wenn du das die nächsten zehn jahre machen machst dann hast du wahrscheinlich 90 prozent eines vermögens in bitcoin und so wird das meiner meinung nach weitergehen und das ist auch der grund warum die bitcoiner so ein optimistik band sind oder dieses dieses das kenne ich auch sonst nirgends überall ist untergang doom und gloom alles ist furchtbar und plötzlich kommst du in einen raum voller bitcoiner eisen gut drauf und denken sich die zukunft ist rosig das ist es ist einsteckend auch ja absolut also ich glaube viele ich glaube viele libertäre und auch viele gold bucks und viele andere ja viele viele andere gruppen die sich mit diesen problemen beschäftigen die erkennen die probleme des systems und haben aber keinen ausweg es gibt keine lösung oder man kann man kann man egal wen man wählt egal wie man seine konsumentscheidungen ändert egal ob jetzt recycelt oder nicht das wird alles nichts nützen das system wird in sich zusammenbrechen und ich glaube die leute die die sich intensiv genug mit diesen system fragen mit diesen monetären fragen auseinandersetzen die 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 verstehen das auch und und fallen dann oft in eine tiefe hoffnungslosigkeit und depression und in in bitcoin ist das deswegen anders weil die weil einfach die die zukunft man kann sich auf bitcoin verlassen und somit kann man sich auch auf die zukunft verlassen ich verwerte mein leben darauf dass bitcoin für mich in zehn jahren noch da ist ich bin mir bei 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 einem staat oder bei einer bank oder bei anderen größeren konstrukten da bin ich mir nicht so sicher bei bitcoin bin ich mir sicher denn bitcoin kann man von grund auf von diesen kryptographischen primitiven die wir am anfang gesprochen haben man kann bitcoin von grund auf verstehen es ist nicht einfach aber man kann durchaus verstehen wie bitcoin funktioniert und warum es so resilient ist das geht für das internet auch man kann das internet auch verstehen und auch verstehen warum das internet so resilient ist das internet ist kein magisches ding es sind verbindungen zwischen computern wenn man wenn man zwei drei vier computer zu hause hat dann kann man sich selbst ein kleines internet bauen und und das analysieren und das verstehen das stromnetzwerk ist auch ein gutes beispiel strom ist nichts magisches du kannst selbst in einer garage strom erzeugen mit einem kupferdraht und magneten und so weiter und und deshalb ich erwähne das alles nur weil die gibt die leute glauben immer das sind so magische dinge und was ist wenn der strom ausgeht was ist wenn das stromnetzwerk zusammenbricht und wirft einen diesel generator an strom ist nichts magisches strom strom kannst du verstehen und erzeugen das internet genau genau gleich was was passiert wenn was passiert wenn die regierung das internet abschaltet das internet ist nicht ein 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 monolithisches ding das man abschalten kann das internet sind verbundene computer wenn du immer noch computer hast und sagen wir du hast eine satellitenverbindung oder eine andere möglichkeit dich zum nächsten haus zu verbinden zu anderen leuten zu verbinden dann kannst du selbst wieder das internet aufbauen das sind nur unterliegende protokolle die quasi die definieren wie computer miteinander sprechen und das ist alles das ist das ist so als würde man sagen was ist wenn die regierung die englische sprache abschaltet was ist wenn man die englische sprache verbietet ich kann immer noch mit dir sprechen auf englisch und wir können auch auf deutsch sprechen es wäre gut für meinen deutschen podcast nicht mehr die englische sprache deutsch lernen um bitcoin podcast zu hören du hast aber was du vorher gesagt aber sorry nur einen moment auch nur um diesen gedanken fertig zu führen ich glaube daher kommt auch der optimismus denn ich bin mir sehr sehr sicher wie gesagt ich würde mein leben darauf verwerten dass bitcoin in einem jahrzehnt noch für mich da ist und so funktioniert wie es heute funktioniert wenn nicht sogar noch besser denn bitcoin entwickelt sich auch langsam und stetig weiter und wir haben das lightning netzwerk und so weiter das heißt diesen welt den ich in bitcoin anspare das ist wie wie keine ahnung eine investition in etwas auf das ich in mehrere jahrzehnte noch vertraue und ich glaube es wird wachsen und ich glaube es wird besser werden und ich glaube es wird es wird eben mehr wert generieren und diese bitcoin ökonomie wird wachsen und wie warum soll man da nicht optimistisch sein das ist mir ist egal was im anderen system passiert mehr oder weniger ich meine mir ist das menschliche leid dass das alles auslöst und so weiter nicht egal natürlich aber ich persönlich und meine familie und meine freunde wir können uns in das neue system retten und langsam schön 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 und leise einfach schritt für schritt bitcoin verstehen bitcoin verwenden in bitcoin ansparen und in ja auch eben an dieser bitcoin ökonomie die sich aufbaut teilnehmen und bitcoin wieder ausgeben und andere andere leute zu bitcoin führen und ich glaube daher kommt dieser optimismus dass das vertrauen auf die zukunft weil man einfach auch verstehen kann und sich sicher sein kann zu einem sehr hohen grad dass das bitcoin weiterhin funktionieren kann ich mir sicher sein ohne die technischen grundlagen die wir vorher besprochen haben zu verstehen du bist du kommst aus der ecke du check das alles ich kann die ökonomischen grundlagen wunderbar verstehen und zu denen kommen wir noch aber kann man sich sehr irgendwie sicher sein oder muss man da einfach auf die experten vertrauen ja in bitcoin gibt es ja den schönen spruch don't don't trust verify also man sollte schon glaube ich zu einem gewissen grad soweit man kann probieren seine eigenen sorgen aus dem weg zu räumen also wenn man glaubt dass bitcoin nicht funktionieren kann dann einfach ich kann nur jedem ans herz legen sich intensiver damit auseinanderzusetzen und die gewissen portale anzusteuern die es sowohl im deutschsprachigen als auch im englischsprachigen raum gibt und einfach über bitcoin und die verschiedensten kritikpunkte zu lesen und sich seine eigene meinung zu bilden im endeffekt wird es für den großteil der menschen nicht wichtig sein wie bitcoin funktioniert und die werden das auch nicht verstehen müssen niemand versteht wie ein auto funktioniert niemand versteht wie ein smartphone funktioniert jedes einzelne teil niemand versteht wie das internet funktioniert und trotzdem vertrauen alle darauf und es verwenden alle du vertraust darauf dass dein auto funktioniert und es nicht einfach so auf der autobahn explodiert und du vertraust auch darauf dass dein dein handy funktioniert und dass gewisse dinge passieren wenn du es in die hand nimmst und einschaltest und so weiter und ich glaube das wird bei bitcoin ganz ganz ähnlich sein ich glaube es braucht nur eine kritische masse die quasi die die bitcoin durchaus auch auf einer tieferen ebene verstehen und somit auch es es den anderen leuten vormachen dass das nichts gefährliches ist dass das nichts ist was einfach wieder weggehen kann dass das nichts ist was abgeschaltet werden kann und das vertrauen das kommt dann einfach ganz normal mit der zeit wenn die kritische masse da ist dann ich sage immer gerne du profitierst auch von bitcoin wenn du es gar nicht besitzt weil es ja einfach auch die welt um dich herum verändert und du kannst morgen anfangen geht zu verdienen und das dann in bitcoins zu verdienen es völlig egal ob du 1 100 oder 0,01 hast es geht nicht darum wie viel man hat es geht nur darum dass es da ist ja absolut das ist dass die die aussage gefällt mir wahnsinnig gut denn man sieht das auch historisch du profitierst auch von dem vom internet auch wenn du nicht online bist du profitierst auch von buchdruck auch wenn du nicht lesen oder schreiben kannst dass historisch hat das immer gestimmt und das wird bei bitcoin nicht anders sein bitcoin ist bitcoin ist ein ein quasi um die englische phrase zu verwenden jack and balances auf die zentralbanken also die zentralbanken können sich jetzt nicht mehr erlauben alles zu machen was sie wollen denn wir haben bitcoin und die leute werden zu bitcoin wechseln und aus dem wenn das wenn das alte system zu schnell zu krank wird dann werden die leute auf bitcoin wechseln und das war auch beim internet war das so ähnlich wenn wenn im internet ein service angeboten wird das besser ist und einfacher ist als dein lokales service und billiger ist als dein lokales service oder dein das service was deine regierung anbietet dann wechselst du auf das neue service und wechselst du auf das neue system und ich glaube dieser ab test der wird weltweit weiterhin passieren und für viele für viele individuen und auch für inzwischen eben firmen und und staaten ist es klar dass bitcoin bessere eigenschaften hat und bitcoin die zukunft ist und die haben für sich entschieden auf lange sicht sind wir bei bitcoin besser aufgehoben und die wechseln dann auch ins bitcoins system und das muss das das müssen die menschen individuell gar nicht auf einer tiefen ebene verstehen man wird einfach sehen okay da gibt es die bitcoiner denen geht es besser die sind optimistisch die sind immer happy die haben keine geld sorgen die die können in andere länder reisen und machen gewisse dinge die die dir das fiat system nicht erlaubt und ich glaube so werden die 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 menschen einfach ihren weg zu bitcoin finden also es gibt da schöne krasse zitate auch aus der englischsprachigen welt pierre charte hat vor vielen jahren einmal gesagt die leute werden bitcoin verwenden müssen weil sie essen müssen und das das sieht man jetzt eben auch zum beispiel in kanada wenn dir das alte system zugang zu jeglichen finanzen verweigert die er der bankkonto speichert und so weiter dann wirst du auf bitcoin wechseln müssen einfach weil es notwendig ist es ist ja auch aus einer systemischen perspektive eigentlich auch die beste wahl auch wenn du sagst selbst wenn du im alten system bist du ein notenbanger bist wenn du in der krise 2008 im amerikanischen finanzministerium gesetzt bist da gibt es die szene die die mal in einer doku erzählt wurde wo hängt polson der damalige finanzminister angeblich in den in den in den missgrübel gespiepen hat weil er solche angst hatte dass ihnen das fiat system zusammenkracht ja das heißt wenn die wissen das ja die wissen ja dass das es nicht funktioniert das heißt das beste was dir passieren kann ist ein neues system aufzubauen und langsam rüber zu wechseln es gibt eigentlich keine bessere variante weil ein schneller zusammenbruch ist nicht gut und und eine weiter weiter bestehen von nur einem kaputten system ist auch nicht gut ja absolut und deshalb bin ich auch so hoffnungsvoll weil eben wie gesagt bitcoin existiert wie können ist da wie können wird weiterhin da sein wie können wird auch da sein für dich und man muss sich nur damit beschäftigen und diesen diesen wechsel wagen und sich das mal mal anschauen ich glaube was was schon interessant ist ist die 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 größten notes im vier system sozusagen die zentralbanker und die 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 diese finanzpolitik mit entscheiden es ist interessant wie wenig verständnis die von geld haben obwohl sie über geldpolitik entscheiden also aus einer historischen perspektive und die 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 wissen oft nicht warum gold zu geld wurde zum beispiel und die können sich auch nicht vorstellen dass bitcoin zu geld wird obwohl es gerade vor ihren augen passiert bitcoin monetarisiert seit der stunde null also seit seit 2009 ist bitcoin in einem exponentiellen monetarisierungsprozess und die alte garde die kann sich das nicht vorstellen die die geld ist geld ist nur das was wir sagen was geld ist und alles andere kann nicht geld sein und die verstehen zum beispiel auch nicht also meine meine ansicht ist dann immer die verstehen dann auch nicht warum in anderen situationen wie in einem gefängnis zum beispiel zigaretten oder rahmennudeln zu geld werden können und das ist meiner meinung nach einfach ein ein grundlegendes missverständnis von geld und was geld ist und deshalb werden die wahrscheinlich auch die letzten sein die auf bitcoin aufspringen hoffentlich das ist so eine poetische gerechtigkeit wenn man so wird ein ehemaliger notenbanker jetzt keine namen aber ist bei so einer podiumsdiskussion noch erst letztes jahr hat er mir gesagt ja also facebook ist viel näher dran eine währung zu machen als es bitcoin je sein wird und ich meine wie kommst du auf das überhaupt ja und jetzt gibt es ja facebook nicht mehr die facebook währung also bestätigt dass das falsch ist aber er hat das wirklich geglaubt ja die werden das auch weiterhin glauben und ja da gibt es diese schönen memes mit not meters wrong the market is wrong und ich glaube der 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 freie markt das schöne an bitcoin ist dass es monetarisiert und funktioniert auch in einem unfreien markt und sven schnieders hat da sehr sehr schön auf einer value of bitcoin konferenz darüber gesprochen dass wir haben wir haben keinen freien markt für geld die die viele viele geld philosophen die 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 philosophieren oft von einem hypothetischen freien markt für geld und was würde dann passieren und dann würde gold wieder zu geld werden und weiter wir sind nicht in dieser situation wir sind in einem absoluten unfreien markt für geld und bitcoin wird sich trotzdem weiterhin durchsetzen und bitcoin setzt sich durch und 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 das ist das ist das wunderschöne an bitcoin ist eben da ist auf diese mathematischen primitiven aufgebaut und nur an einem austausch von nachrichten gekoppelt ist du brauchst nur mathematik physik und freie meinungsäußerung das sind die grund die grundpfeiler von bitcoin und nur anhand von diesen entsteht ein ein freies geld in einem unfreien markt und ich glaube dass die meisten leute können mit dieser tatsache nicht umgehen vor allem je näher man im alten system ist desto weniger desto weniger kann man das glauben absolut würdest du sagen dass die wenn wir jetzt auch wieder zurückspulen zu den cypher banks haben die sind die bei bitcoin war ja nicht der erste versuch also wir gehen das jetzt nicht durch aber bitcoin ist myspace und das ist unsinn es gab vorläufer von bitcoin die gescheitert sind und ich habe immer den eindruck dass satoshi eben der erste war der auch verstanden hat was ist der auch geld verstanden hat also der der diese kombination aus kryptographie und economics hinbekommen hat würdest du das bestätigen ja absolut also es gab einige anläufe davor schon und die sind alle gescheitert weil die hatten immer noch einen zentralen aspekt weil es ist sehr sehr schwierig jeden einzelnen aspekt von einem rein digitalen geld zu dezentralisieren dass es keinen einzelnen angriffspunkt mehr gibt wo dann eben eine regierung hergehen kann und diese firma dann zu macht oder diesen server abschaltet oder dass das ist aus einer historischen perspektive ist das immer und immer wieder passiert also es gab es gab eben schon auch systeme die an gold gekoppelt waren der wo man probiert hat gold zu digitalisieren sozusagen aber die die und das ist auch mein mein kritikpunkt an was ich immer bezeichnen als bananen auf der blockchain also mit supply chains oder anderen dingen an eine blockchain zu koppeln du hast immer diesen zentralen punkt von in dem wahrenhaus oder der firma die sagt okay wir haben hier diese fünf gold bahn und hier sind die fünf gold bahn an auf der blockchain und da kommt man dann eben kommt die regierung her und sagt okay wir zerstören jetzt diese diese diesen link wird zerstören diese records wir nehmen euch das gold weg okay was ist was ist das ist eben dieser dieser zentrale angriffspunkt denn es galt auszuschalten und satoshi war der erste der es wirklich geschafft hat auch dass das verteilungsproblem zu lösen denn wie 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 teilt man diese dieses neue geld auf wie gesagt historisch gesehen hat das immer die physik für uns erledigt gold ist gleichmäßig in der erdkruste verteilt man muss nur danach kam wie schafft man das mit einem digitalen gut und satoshis antwort auf diese frage war 21 millionen und es dauert über 100 jahre die auszuschütten und jeder kann jeder kann danach suchen jeder kann jeder kann ein moderner gold gräber werden und das ist eben ein ein seiten aspekt ein nebeneffekt von von diesem mining proof of work mining mechanism es geht um die faire faire verteilung von bitcoin die nur durch einen freien markt stattfinden kann weil jede einzelne instanz die irgendwie bestimmen könnte wer bekommt wer bekommt wie viel coins von diesem neuen system ist ist immer ein angriffspunkt wird immer wird immer politisch werden und nicht eben physikalisch oder mathematisch und er hat so viele probleme auf einen schlag gelöst es ist es ist einfach unglaublich also ich habe ihm auch geschrieben in bitcoin ist zeit zum beispiel es geht darum in der digitalen welt gibt es gibt es keine dinge es gibt nur information und das ist ganz wichtig und ganz viele leute verstehen das nicht es gibt es gibt keine objekte in der digitalen welt es gibt keine goldbahn in der digitalen welt es gibt immer nur listen es sind immer nur daten und somit wenn man ein geldsystem im digitalen raum aufbauen will hat man immer eine liste von transaktionen es ist anders nicht möglich es ist es ist immer so ich schuldier eben zehn einheiten und du gibst dir dann anders aus und und du schuldest dann den nächsten und so weiter und es baut sich eine liste auf von transaktionen und damit man aus dieser liste von transaktionen machen kann und damit man die nicht damit man die nicht modifizieren kann braucht es einen zeitstrahl in der digitalen welt und sowas hatten wir nicht so was so nur bitcoin bitcoin hat diesen zeitstrahl erschaffen weil du brauchst natürlich eine geordnete abfolge von diesen transaktionen ansonsten gibst du geld aus das noch nicht existiert oder gibst geld aus das noch nicht zu dir gekommen ist und nur dieses zeitproblem zu lösen dieses timing problem zu lösen in einem komplett dezentralen system das ist unfassbar schwierig das war eines der größten probleme in die die vorherigen versuche reingeschlittert sind es gab immer einen zentralen zeitsäuber der sagte okay wann wann ist was passiert was ist die zeit jetzt gerade was ist die zeit im internet es ist ein sehr schweres problem das zu lösen weil jede uhr kann auch lügen du kannst einfach ja deine uhr im computer umstellen und auf einmal lebst du in der zukunft und und hast mehr oder weniger geld dann auf dieses system ungemützt und somit was bitcoin macht durch proof of work ist es baut einen zeitstrahl auf der nicht lügen kann es ist unumstrittene wahrheit was in der vergangenheit passiert ist bitcoin bitcoin bringt das erste mal vergangenheit in den cyberspace und das gab es davor noch nie und das ist das ist etwas also ich habe lang und breit darüber geschrieben in bitcoin ist zeit bitcoin ist time und das ist eines der schwierigsten probleme gewesen dass es zu lösen galt und das ist eben dieses ausschüttungsproblem und dieses timestamping problem das sind alles sehr 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 schwierige probleme und wie du schon schon eben schön gesagt hat satoshi war war der erste meiner meinung nach der all diese aspekte verstanden hat und noch dazu die kryptographischen primitiver verstanden hat die das alles ermöglichen und programmieren konnte und genügend über geld und ökonomie und so weiter verstand um so ein system aufzubauen also es ist schon eine eine meisterleistung ist bitcoin eine erfindung oder eine entdeckung ist ist eine gute frage ist eine gute frage ist eine gute frage es ist so auf der gleichen ebene wie wie zum beispiel das rad ist das rad eine erfindung oder eine entdeckung es ist es gibt gewisse dinge da kann man diese frage glaube ich nicht nicht beantworten es ist auf jeden fall was interessant ist an bitcoin ist dass man kann bitcoin kopieren dadurch dass es ein offenes system ist die 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 so genannten shitcoins die waren unausweichlich von von anfang an war das ein das armen im gebet irgendwer kommt her und macht eben ein neues netzwerk auf das im endeffekt ganz gleich funktioniert wie bitcoin und somit die die das argument was viele bitcoiner bringen ist dass die 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 einführung von einem digitalen knappen absolut knappen monetären gut ist er mit einer entdeckung zu vergleichen wie mit einer erfindung denn es ist die entdeckung dass wir ein ein spiel theoretisches system aufbauen können das fair ist in dem jeden in dem jede person teilnehmen kann und das in sich ein endliches gut aufbaut und ich kann diese frage nicht direkt beantworten an manchen tagen denke ich mir ja eindeutig eine entdeckung und an anderen tagen denke ich mir eindeutig eine erfindung weil eben es gab schon so viele andere erfindungen davor es ist es ist eine philosophische frage als auch ist public cryptography eine erfindung oder eine entdeckung es nutzt gewisse eigenschaften mathematik aus wir wissen nicht warum die mathematik so funktioniert wie sie funktioniert warum gibt es gewisse probleme die die ganz ganz schwer zu lösen sind aber wenn man eine lösung gefunden hat dann ist es ganz ganz einfach zu überprüfen ob diese lösung stimmt oder nicht und diese asymmetrie wird ausgenutzt von unserer kryptographie und warum das universum so funktioniert das das weiß niemand das ist ist das eine entdeckung oder eine erfindung ich weiß es nicht in der mathematik auf auf das jetzt ungemünzt würde ich sagen es ist eine entdeckung somit ist mit können auch eine entdeckung aber es ist es ist schwer zu sagen dein artikel bitcoin ist zeit kann ich nur allen hören 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 wir haben es als herz legen wenn wir natürlich verlinkt sowie alle anderen auch du hast es auch glaube ich auf deinem bild hinten wenn ich das richtig sehe ist das eh salvatore dali und seine berühmten uhren ja also wir reden ja auch im in den dort auf deutsch oft auch dank dir von der von der eigentlich nicht der blockchains und der time chain und der blog zeit das heißt quasi bitcoin fungiert wie eine wie eine uhr wir können ungefähr sagen wie spät ist es im cyberspace wenn wir uns die block zeit ansehen ja ganz genau und das ist eben seit der geburtsstunde von bitcoin begann mit dem genesis block block nr 0 und seitdem im durchschnitt alle zehn minuten kommt ein neuer block dazu und diese zehn minuten das ist eben das ist eben das ist was es geht in bitcoin bitcoin ist nicht gekoppelt an energie deshalb ist auch immer diese diese aussage von bitcoin kritikern dass bitcoin pro transaktion so und so viel energie verschwendet unter anführungszeichen verschwendet ein absoluter schwachsinn es ist ein absoluter schwachsinn in bitcoin jeder bitcoin block kommt alle zehn minuten und es ist eben immer getimt auf diese zeit und diese das kryptographische rätsel dass es zu lesen zuerst zu lösen gibt das wird schwerer oder weniger schwer an mit dem maßstab der zeit und das ist eben ganz lose an unsere zeit gekoppelt also über 2016 blöcke im durchschnitt gerechnet sollte das rätsel so schwer eingestellt sein das ist alle zehn minuten von allen computern die im bitcoin-netzwerk mit helfen gelöst wird und diese zehn minuten deshalb kann man auch deshalb spreche ich auch von einem zeitstrahl und deshalb ist auch die die ursprüngliche bezeichnung von satoshi war nicht die block chain sondern die time chain also diese diese kette an 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 zeiteinheiten und seitdem tick tock next block seitdem bitcoin funktioniert alle zehn minuten mehr oder weniger kommt ein neuer block rein und wir sind jetzt bei block 724.594 und das wird auch so weitergehen und eben das ist eine 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 probabilistische angelegenheit also manchmal kommt ein block auch in zehn sekunden rein und manchmal dauert es eine halbe stunde oder länger und das ist eben meiner meinung nach die die einzige variante wie man überhaupt einen unabhängigen zeitstrahl im cyberspace aufbauen kann ist durch diesen die durch diese probabilistische verbindung mit unserer echten zeit danke dass du die blog zeit gebracht hast ich bekomme sonst beschwerden wenn ich die vergesse im podcast aber ich habe mich einmal angewöhnt sie einfach irgendwann zu bringen und nicht am anfang weil ich sie meistens vergesse die diese dieses bild von der zeit wenn wir von anfang an uns auf die time chain geeinigt hätten hätten wir uns auch einen haufen schlechter youtube videos und andere erklärversuche für die block chain erspart glaube ich also ich finde die die erklärung mit der time chain tausendmal besser und sie hat sich leider noch nicht durchgesetzt und es gibt auch ein anderes ding das werk gern müssen wo du auch schon sehr weit bist und das ist natürlich proof of work die energiefrage dass sie vorher schon angesprochen ja hier die energieverschwendung da energie dings was ich sehe ist dass quasi die incentives und proof of work so stark sind dass sie sich auch schon durchsetzen du arbeitest selber für für city das ist ein subsidiary eines eines norwegischen energiekonzerns wenn du mich wenn du mich korrigierst kannst du ein bisschen erzählen warum sich ein energiekonzern für für bitcoin interessiert was das mit proof of work zu tun hat und warum proof of work so wichtig ist also proof of work ist eben nicht nur nicht nur wichtig sondern absolut essentiell so ein system wie bitcoin kann nur funktionieren wenn es einen einen echten eine echte verbindung zur physikalischen realität gibt und dieser diese verbindung kann nur über so etwas wie proof of work stattfinden es gibt andere ideen aber im endeffekt ist das immer proof of work nur mit zusätzlichen schritten also es wird oft auch es werden andere quasi konsensus mechanismen immer wieder mal daher fantasiert proof of stake kann zum beispiel nicht funktionieren das ist da sind wir wieder bei einem politischen konsensus mechanismus und von dem wollen wir ja weg das ist so wie das jetzige system funktioniert das ist eben politisch geschützt und nicht physikalisch geschützt geschützt und proof of work ist deshalb eben so essentiell es geht auf der einen seite um diesen zeitstrahl der aufgebaut werden muss du brauchst einen du brauchst eine eine unumstrittene wahrheit und die unumstrittene wahrheit ist die realität ist die physik wir können uns alle auf diese auf diese dinge können wir uns einigen und der link zu 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 bitcoin und zu proof of work ist eben im digitalen raum haben wir nur information und die transformation von information und die transformation von information nennen wir computation das nennen wir die berechnungen und und wenn wir annehmen dass berechnungen immer energie brauchen und soweit wir über unser physikalisches mathematisches universum bescheid wissen ist das immer der fall es gibt keinen computer der keine energie braucht dann können wir diese eigenschaft von unserem universum ausnutzen um eben digitale information im echten universum in der physik in der realität zu verankern und das ist das ist der knackpunkt von bitcoin deshalb ist bitcoin deshalb ist proof of work so essentiell und jetzt geht es um die energiefrage ist es wert diese energie aufzubringen und und meiner meinung nach diejenigen die der meinung sind dass bitcoin energie verschwendet deswegen habe ich zuvor gesagt verschwendung unter anführungszeichen die haben keine ahnung von geld was bitcoin überhaupt bedeutet welche freiheit warum bitcoin so so notwendig ist man sieht das jetzt in kanada man sieht man 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 sah es in venezuela man sieht das in der türkei wenn geld nicht mehr funktioniert dann haben wir weimar deutschland dann oder eben um ein ein jetziges beispiel zu nehmen venezuela der durchschnittliche menschen venezuela hat keine ahnung 12 kilo verloren in einem jahr so was in der richtung geld ist unglaublich wichtig ist ein nicht politisches geld wichtig genug dass man energie dafür aufwendet meine antwort darauf ist ja die kritiker sind der meinung nein das ist nicht wichtig genug nur um das in kontext zu setzen bitcoin verwendet weniger energie als alle wäschetrockner dieser welt ist wäschetrocknen wichtig genug um energie aufzuwenden oder die kreuzfahrtschiff industrie oder oder weihnachts beleuchtung oder smartphones oder autos oder flugzeuge oder privatschats bei diesen ganzen dingen ist jeder ein egal das brauchen wir natürlich brauchen wir das natürlich müssen smartphones energie verwenden es geht nicht ohne energie okay was ist wenn ein nicht politisches geld nur mit energieaufwand geschützt werden kann es ist man kann es man kann es entweder politisch schützen oder physikalisch schützen bei gold war das auch so war es wert gold zu schürfen ist der energieaufwand um gold zu schürfen wert die letzten 5000 jahre hat das die menschheit mit ja beantwortet und jetzt auf einmal kommen die politiker her und diejenigen die mit dem jetzigen finanzsystem verschränkt sind und sind der meinung bitcoin ist energieverschwendung denn wir brauchen ja kein physikalisches geld wir brauchen politisches geld wir haben ja schon politisches geld wir müssen ja nur ein paar verträge und sonstige dinge unterschreiben ein paar abmachungen unterschreiben und alles funktioniert wieder ja ich bin anderer meinung meiner meinung nach ist jegliche energie die von bitcoin verwendet wird gut es ist gut diese energie zu verwenden denn es wird für etwas nützliches angewandt nämlich die sicherung dieses netzwerkes so dass es jeder auf einer neutralen basis verwenden kann und das ist das stimmt für für leute in venezuela für leute in der türkei für leute in kanada für leute in deutschland für leute in österreich jeder hat zugang zu bitcoin und jeder 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 einzelne einheit von bitcoin hat den gleichwertigen schutz und das ist wegen proof of work und das ist wegen diesem energieverbrauch das ist egal woher du kommst wer du bist ob du ob du ein mann mann bist oder eine frau bist oder ein kind bist oder ein computer bist oder ein hund bist deine deine bitcoin werden vom ganzen netzwerk geschützt auf immer und ewig und das das ist auch ein ein kumulativer prozess das heißt alles was in der vergangenheit gemeint wurde das ist nicht verschwendet das schützt die vergangenheit und alles was jetzt gemeint wird schützt auch die vergangenheit mit das ist eben wie ein verschiedene wie eine pyramide quasi ja also jede einzelne schicht wird von der darüber liegenden schicht auch wieder geschützt und so weiter ok es passiert nicht oft dass ich das dass ich ein bisschen sprachlos bin aber aber ich bin sehr froh über diese erklärung und man sieht ja jetzt eben auch das habe ich auch sieht hier angesprochen man sieht ja auch also in schweden kommt die financial authority und sagt ein bisschen proof of work verbieten da kommt battenfall und sagt nee nee ja selbst putin hat schon gesagt naja wir haben hier energie und und kalte luft und irgendwie wäre bitcoin keine schlechte idee in island wird gemeint also man sieht ja schon quasi ich ich würde es so weit gehen zu sagen dass dieses proof of work heute auch schon teil des immunsystems von bitcoin ist also nicht so die plebs auf twitter und und sondern tatsächlich auch die ökonomischen incentives so stark sind auch in amerika gibt es mining firmen die sind an der börse die zahlen steuern die 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 schaffen jobs wie sollen sie das dann noch großartig verbieten ja absolut also es ist auch bitcoin ist schon mit den s&p 500 auf der börse verschränkt also auch in amerika die amerikanische regierung als an den aktienmarkt gebunden das schlimmste was man machen kann ist den aktienmarkt zu crashen und also tesla hat mit koin auf ihrem balance sheet und natürlich auch microstrategy und 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 viele andere auch und das mit dem mit mit dem mining ist so eine geschichte denn wir haben jetzt über mehrere dinge gesprochen die sehr schwer sind zu begreifen weil man einfach sich nie die zeit nimmt und nicht die zeit nehmen muss das zu verstehen wie funktioniert das internet wie funktionieren computer was ist kryptographie was sind diese ganzen bausteine was ist geld was ist die geschichte des geldes was sind die eigenschaften von geld und so weiter was ist wirklich der unterschied zwischen einem geld und einem einem schuldschein und einer währung und so weiter und das sind alles sehr sehr interessante aspekte und phänomene von bitcoin das gleiche stimmt auch mit der energie niemand weiß wie energiegewinnung und energienetzwerke funktionieren also so die der standard politiker und der standard mensch der der weiß zum beispiel nicht dass der strom den du aus der steckdose ziehst der wurde eine millisekunde zuvor im kraftwerk generiert strom kann nicht einfach gespeichert werden deswegen haben wir in österreich und auch in deutschland und wo es wasserkraft gibt immer wieder stauseen die werden als energiespeicher genutzt das sind einfach riesengroße batterien und wenn man überschüssigen strom erzeugt dann wird das wasser wieder aufgepumpt und das ist ein gravitationsspeicherkraftwerk das heißt seine riesige batterie und man ist eben wieder die physik aus um wenn dieser strom dann wirklich gebraucht wird dann macht man die schleuse auf es wird wieder energie generiert und diese diese energie wird ins netz reingespeist und um fünf am abend wenn alle von der arbeit heimkommen und die waschmaschine einschalten und den herr einschalten und den wasser kocher einschalten und den boiler einschalten und so weiter dann dann wird richtig energie gezogen und diese energie spitzen muss muss die stromgeneration abdecken muss das netzwerk abdecken also es strom ist nicht etwas was einfach so es ist kein einfaches system und das problem bei der stromgeneration der stromverteilung ist das eben durch durch das verhalten der menschen haben wir keine keine gleichzeitig keinen gleichmäßigen bezug von strom man braucht einmal mehr strom braucht einmal weniger strom in der früh beim aufstehen und wenn man nach heim kommt von der arbeit und so weiter und wo bitcoin eine riesengroße rolle spielen kann ist mitzuhelfen um diese systeme zu stabilisieren weil bitcoin nimmt dankend jeden strom an bitcoin kauft ihr immer den strom den du generierst ab solange er günstig genug ist wird dir das bitcoin netzwerk diesen strom abkaufen und ich spreche da absichtlich jetzt in einer in einer hohen abstraktions ebene denn was natürlich wirklich passiert ist dass es gewisse firmen gibt und und leute die eben deinen profit schlagen wollen und die kaufen den strom ab und betreiben meiner damit unterstützt das bitcoin netzwerk sichern das bitcoin netzwerk und im verkaufen quasi über den zwischenschritt von bitcoin den strom an das bitcoin netzwerk und das bitcoin netzwerk entlohnt die miner in bitcoin direkt für den strom für die sicherheit den den sie zu bieten haben und da kommen wir eben wieder zurück auf diese diese energie wird umgewandelt in eine kryptographische wand die das ganze bitcoin netzwerk und alle bitcoins der vergangenheit schützt und das ist das ist so eine neue interessante sache denn es gab bis jetzt kaum industrien kaum dinge die dir immer überall auf der ganzen welt jeglichen strom abgekauft haben es man kennt das vielleicht von island mit aluminium produktion aluminium zu produzieren ist sehr sehr also man braucht sehr viel energie um aluminium zu produzieren und somit wurden die rohstoffe nach island transportiert in island durch die thermal energie also seine vulkanische insel ist der strom quasi gratis und da kann man ganz ganz schön viel aluminium produzieren und dann schifft man das aluminium wieder zurück und was eben in in der bitcoin welt gerade passiert ist es gibt energie ist nichts knappes energie ist kein knappes gut im universum und was das problem ist ist dass man die energie zur menschheit bringen muss man muss man muss schauen dass die energie vor ort produziert wird und auch mehr oder weniger in der gleichen sekunde produziert wird also eben in den gleichen millisekunden wie sie von 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 den menschen oder der industrie genutzt wird und bitcoin kommt jetzt her und sagt okay wir können ich als bitcoiner zwerg kauft ihr jeglichen strom ab das heißt wenn du ein neues kraftwerk ausbauen willst ob das und das ist egal ob das jetzt erneuerbare energie ist oder nicht und bei erneuerbaren energien hat man das problem eben die ganze zeit dass man hat diese stromspitzen wenn der wind bläst wenn die sonne scheint wenn das wasser fließt und man kann die energie ganz schlecht speichern und das ist immer ein ökonomisches problem denn man will diese energie ja verkaufen man will diese energie ja an den mann bringen sozusagen und dann macht es oft nicht sinn erneuerbare energiequellen auszubauen weil einfach die 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 abnahme dieser energie nicht stetig genug ist und da kommt bitcoin ins spiel da macht es auf einmal auf einmal macht es sinn ein kraftwerk umzubauen auszubauen oder neu zu bauen weil man hat die sicherheit und da kommen eben die bitcoin miner ins spiel wenn ein bitcoin miner herkommt und sagt ich nehme dir 100 megawatt oder was auch immer ab für die nächsten zehn jahre dann hat man einen stetigen abnehmer und dieser abnehmer ist eben das bitcoin erzeugt und das ist eben wieder so eine sache die die meisten menschen haben eine eine sehr oberflächliche ansicht von dem ganzen energie thema es hängt auch damit zusammen energie zu energie zu verwenden ist immer schlecht historisch gesehen ist das ein absoluter blödsinn wie gut es der menschheit geht hängt davon ab wie viel energie die menschheit für sich nutzen kann und wie gesagt energie im universum ist 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 im überfluss vorhanden wir können nur durch solarenergie und so unser ganzes unser ganzes tun fortsetzen es ist es fällt genug licht auf die erde um um eben das für für die menschheit zu nutzen und und somit ist für mich auch auch es ist wichtig für mich das anzusprechen dass das diese 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 vorstellungen die die meisten leute haben das energie zu verwenden schlecht ist und dass man überhaupt darüber eine aussage treffen kann warten was ist sinnvoll für was darf man energie ausgeben und für was nicht warum ist wäsche trocknen in trocknen okay warum ist das bitcoin netzwerk nicht okay das ist immer es kommt immer von von deinem quasi politischen standpunkt aus von von deinen eigenen werte vorstellungen hängt das ab ist es gerechtfertigt diese energie zu verwenden oder nicht weil wenn man wenn man der meinung ist dass energie zu verwenden immer schlecht ist dann müssen wir alle zurück in die höhle dann müssen wir alle zurück in die höhle und wir dürfen auch kein feuer anzünden in der höhle dann jegliche energie verschwendung für die menschheit ist etwas schlechtes genau das ist eine eine komplett falsche logik der aber irgendwie einige leute darauf reinfallen dass es gibt offenbar schon wir kommen dann auch schon zum ende ist eben meine vorletzte frage es gibt ja auch widerstände es gibt ganz ganz harte widerstände gegen bitcoin gegen proof of work gegen diese ganze idee aber du glaubst wirklich dass obwohl quasi bitcoin an den kern der machtstruktur in unserem geldsystem geht und das eigentlich komplett umdreht dass es trotzdem quasi inevitable ist dass es nicht mehr aufzuhalten ist obwohl alle dagegen also viel wirklich viel macht und viel kapital aufgewandt werden kann um noch mal dagegen zu arbeiten ja da kommen wir in den nächsten bereich von bitcoin sehr schwer zu verstehen ist und das ist die spieltheorie und ich bin mir ich bin also ich liebe diesen spruch es ist sehr schwer vorhersagen zu treffen vor allem über zukunft also was im endeffekt passieren wird dass das wird man sehen aber die 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 anreizstrukturen in bitcoin sind so dass es vorteilhafter ist für ein individuum und auch für einen staat und auch für eine firma bei bitcoin mit einzusteigen als dagegen anzukämpfen und das ist ganz ähnlich ich bin mir deshalb relativ sicher dass das sich in eine gewisse richtung entwickeln wird weil es war beim internet genau gleich und beim internet stimmt das auch es ist ein offenes netzwerk und du profitierst sehr viel mehr davon bei diesem offenen netzwerk teilzunehmen als ein zweites netzwerk aufzubauen oder probieren das internet abzuschalten und zu vernichten und wir hatten auch sehr sehr mächtige leute die gegen das internet gewettert haben das war die musikindustrie und die filmindustrie und davor noch die zeitungen und so weiter das ist die ganze informationslandschaft das sind auch sehr sehr mächtige player die haben gegen das internet verloren es ist ein offenes system und jeder profitiert davon am internet teilzuhaben und seine eigene stimme zu äußern und auch sich sein sein eigenes bild zu machen von verschiedensten informationsquellen und abzuspringen von diesem einen singulären narrativ und und in der monetären welt sind die anreize noch viel größer denn da geht es ums nackte überleben da geht es absolut und da geht es darum wer in der zukunft noch geld hat um zu essen und so weiter und ich glaube diese anreize sind stark genug und man sieht das man sieht das jetzt wenn man aufgepasst hat die letzten jahre das passiert vor unseren augen am anfang waren es nur individuen und zwar nur die verrücktesten individuen und dann kommen immer mehr leute dahinter was da eigentlich passiert für was bitcoin gut ist und wie sich das eventuell weiterentwickeln wird und dann kommen die ersten firmen und dann kommen die ersten großen firmen und dann kommt der erste michael sayler und dann kommt das erste land mit el salvador und meiner meinung nach würde es auch so weitergehen für el salvador macht es keinen sinn irgendwie politisch aktiv zu werden eine eigene währung zu machen weiterhin am dollar zu hängen oder in den euro einzusteigen oder was auch immer es macht sinn auf das bitcoin netzwerk zu wechseln es ist das internet des geldes um antanopolis zu zitieren und das ist genau richtig es ist ein offenes system das von jedem verwendet werden kann und es ist es ist nicht ein es ist nicht ein null summenspiel so wie viele andere spiele es ist ein positive sum game jeder profitiert von bitcoin jeder profitiert von bitcoin und und das aus einer spieltheoretischen sicht das stimmt mich auch extrem optimistisch weil das ist man muss das auch nicht verstehen um wenn man es versteht dann wird man früher zu bitcoin kommen aber ein einfacher ab test wird das zeigen und man wird dann gezwungen werden auf bitcoin aufzusteigen so wie auch die new york times gezwungen wurde einen blog zu machen und die new york times ist jetzt einfach nur ein blog sozusagen und jede einzelne zeitung wurde gezwungen eine internetseite zu machen und im internet auch mitzumischen und das gleiche wird passieren mit banken und mit weiteren eben großen firmen und mit ländern und so weiter gigi wir haben ganz absichtlich die vorstellung am anfang ausgelassen einfach um zu zeigen dass es gar nicht so wichtig ist wer da spricht sondern nur was er sagt aber wer bist du eigentlich ja ich bin ein bitcoiner besser kann ich es nicht zusammenfassen wie du sagst es ist auch gar nicht so wichtig wer ich bin ich bin mit mit leib und seele von bitcoin verschluckt worden vor einigen jahren und bin seitdem nur mehr als bitcoiner unterwegs und die meisten kennen mich eben weil ich ein ein kleines buch geschrieben habe namens 21 lektionen 21 lessons und ich habe das frei im internet einfach publiziert und jeder kann das lesen und auch das audiobuch ist gratis online und so sind die meisten dann irgendwie auf mich und auch meine etwas verrückten ideen aufmerksam geworden denn vor drei vier jahren noch waren diese ideen sehr verrückt also da dass man bitcoin wirklich braucht weil eben eine regierung deinen bank account einfach abschalten kann das war den meisten leuten noch nicht bewusst vor einigen jahren und das wird jetzt immer mehr leuten immer mehr bewusst und ja das bin ich ein bitcoiner ich bin dir sehr dankbar für deine arbeit wie sind wir alle also ich meine geschichte ist ähnlich wie von vielen anderen ja immer wieder mehrere touchpoints gehabt mit bitcoin dann auch shitcoins ja shitcoins nein auch journalistisch nicht also erster punkt an dem ich genug material hatte sie sehen okay diese story geht so tief und so breit da brauche ich mich mit nichts mehr anderem zu beschäftigen in dieser in dieser sphäre das war für mich der knackpunkt und da hast haben deine texte und deine arbeit wirklich geholfen du schreibst auch ein neues buch glaube ich das vielleicht bald fertig ist es wird noch etwas dauern ich habe leider etwas zu viel um die ohren um mich ich kann mich leider nicht ausschließlich auf schreiben konzentrieren aber es ich werde das auch wieder unter einer offenen lizenz frei online zur verfügung stellen es sind einige teile schon online wir haben über bitcoin ist zeit schon gesprochen es ist ein kapitel des neuen buches und ich habe noch weitere kapitel sind inzwischen glaube ich vier kapitel fertig auf 21 ways book.com kann man die schon einlesen und ich hoffe ich also ich habe zwei kapitel so zu ich sage mal 95 bis 98 prozent fertig ich hoffe ich schaffe das bald die auch noch die letzten paar prozent ja über die ziel linie zu schieben und auch zu veröffentlichen und im endeffekt sollen es wieder 21 kapitel werden die etwas etwas mehr in die tiefe gehen als bei 21 lektionen das der fall war wir freuen uns sehr darauf das ist das problem wenn du self publisch nicht du hast keine verlegerte dem arsch geben an einer deadline sonst wärst du schon schnell fertig du musst du musst festlegen zur blogzeit so und so bist du fertig und da fällt die eisenbahn drüber anders geht es nicht ja es wird funktionieren ich werde ich werde auch fertig werden aber ich habe mich leider entschieden das so nebenher zu schreiben und das funktioniert an manchen tagen besser und an manchen tagen nicht ganz so gut und ich glaube ich will auch nicht zu streng sein mit mir denn in den letzten eineinhalb jahren sind viele dinge passiert da war es nicht sehr einfach sich wegzusperren und sich zu konzentrieren und einem sehr philosophischen buch zu schreiben we can all agree on that gigi vielen vielen dank ich hoffe wir können das bei zeiten wiederholen das war mega spannend und ich wünsche dir alles gute ja vielen dank nico danke für die einladung und weiterhin auch alles gute mit einem vorhaben und dem podcast und allem was dazugehört